Lavinia Wolny könnte derzeit nicht glücklicher sein. Mit ihrem Verlobten Tim hat sie Ende Februar eine Tochter bekommen. Die kleine Hayley Emilia Wolny ist der ganze Stolz ihrer Eltern. Doch soll sie noch ein Geschwisterchen bekommen? Lavinia stellt sich in ihrer Instagram-Story einigen Fragen von ihren Fans, darunter auch, ob Lavinia und Tim sich vorstellen können, noch ein Baby zu bekommen. Dazu hat die Wolny-Tochter eine klare Antwort. Auf jeden Fall! Weiter verrät Lavinia, dass sie findet, dass der Abstand zum zweiten Kind nicht zu viel sein sollte. Sodass sie noch gemeinsam groß werden können und auch noch zusammen spielen könnten, so Lavinia in ihrer Story. Ein zweites Kind können sich Lavinia und Tim also gut vorstellen. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!